Wie hau, meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, ich habe spontan ein paar Runden Power League gespielt, habe tatsächlich gerade einen 8er Winningstrick oder so. Mir fehlt einfach nur noch ein einziges Game zu Legendary, das wird mega, mega nice, das Video, Leute, ganz wichtig, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, schreibt mal in den Kommentaren, soll ich vielleicht versuchen, was dazu schaffen, ich weiß jetzt nicht, ob ich es probiere. Natürlich für die Star-Punkte, Leute, ihr wisst Bescheid, plus 25.000 Season-Belohnungen würde schmecken, auf jeden Fall. Wie gesagt, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ganz, ganz wichtig nochmal, wenn ihr euch was gönnt im Shop, gerne Creator Code Pookie, Leute. Viele Fragen, ob ich schon eine Information habe, ich werde erst so, in zwei Monaten werde ich dann nochmal nachfragen, Leute, es ist ja jetzt erst, Anführungszeichen, zwei, drei Monate her. Und ansonsten, ja, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt, schreibt in den Kommentaren, ob ihr mehr Power Leaks sehen wollt, ansonsten würde ich jetzt sagen, let's go mit dem Video. So, Leute, ich muss euch ehrlich gestehen, das ist jetzt gebühlt mein fünfter Versuch, letztes Game, immer vor Master und dann habe ich verloren. Nervig, muss ich echt sagen, ist nervig. Aber ich glaube, jetzt gewinnen wir, ansonsten, ja, bin ich echt Tilt und muss das auf Video machen. Das kann nicht sein, Leute, das kann nicht nicht sein. Fünftes, ohne jetzt, ich glaube, viertes, viertes Mal oder fünftes Mal, wo ich es probiere. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oh mein Gott, mein Teammate hat alles Level 1. Ich glaube, ich bin gebrochen. Ich glaube, ich bin gebrochen. Ja, oh mein Gott. Oh oh. Wir haben eine sehr, sehr komische Kombo, muss ich haltig gestehen. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wünscht mir Glück. Drex, den habe ich vorhin gespielt. Ich mache mir eher Sorgen um ein... Die haben nix zum Aufmachen. Penny ist ein sehr risky Pick. Aber ich bin Last Pick, das heißt, die können ja jetzt mich nicht mehr counteren. Ich glaube, Penny it is, Leute. Wenn ich einmal meinen Tyret habe und Control halte, sollte Penny ziemlich solide sein. Ziemlich solide sein. Oh oh, jetzt. So, let's go. Ich habe gerade mal mit Chris geschrieben. Let's go, let's go. Chris war vorhin auch bei mir im Team. Haben gewonnen. Okay. Okay. Ich sage euch ehrlich, ich würde gerne, ähm, Perfekt. Nice. Sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss ein bisschen healen. Ich darf nicht greeden für Prozente, ne? Ich muss Control behalten. Geseht ihr, ich habe gegreedet für Prozente. Zack. Sandy hat gleich Sandsturm wegen mir. Nicht smart von mir. Gar nicht smart. Come on. Oh. Oh, meine Kanone macht nichts. Oh, nice. Kommt du die. Nice. Das ist ein sehr, sehr closees Game, ne, Leute? Das ist ein sehr, sehr braun. Das ist eine Kanone. Wenn meine Kanone einmal was machen würde. Kanone. Bitte. Oh mein Gott, meine Kanone ist so nutzlos. Ich treffe... Oh, jetzt endlich hat die was gemacht. Ich treffe ziemlich gut. Aber meine Kanone muss ein bisschen mehr hinten. Weil sonst ist die echt sinnlos. Nice. Jetzt hat die was getroffen. Junge, das Game ist echt insane, ne? Das Game ist so insane, Leute. Oh mein Gott. Also, ich wollte eigentlich nur entspannt ein bisschen pushen. Auf Legende. Ganz relaxed. Sollten wir haben. Oh. Jo. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das Game. Oh, Leute. Ohne wird es mein vierter Versuch. Oder fünfter, wie gesagt. Auf Legende 1. Also, ich hatte eine achte Winning Streak. Und dann ging es bergab. Ab. Also, kurz vor. Ich kriege automatisch. Ich weiß nicht. Bei jedem Rang abkriegt man immer ab. Mit Absicht deutlich schlechtere Teammates, ne? Gut, ich habe mein Turret sehr früh bekommen. Das ist sehr, sehr nice. Perfekt. Oh. Ein Hit noch. Oh. Anfangs ist es echt immer schwierig, Control zu halten, muss ich gestehen. Ich glaube, ich darf nicht zur Mitte gehen. Ich glaube, das ist mein Fehler, wenn ich immer zur Mitte gehe. Ich muss unbedingt mein Turret kriegen. Langsam spielen, langsam spielen. Perfekt. Nice. Dieser Dreck, oder wie der heißt, Leute. By the way, der hat voll viele Level 1 Brawler, ne? Den hatte ich schon mal in meinem Team. Es kann so gut sein, dass es ein Smurf ist. Ich bin Legende. Let's go. Leute, haut einen Daumen nach oben da für Legende. Let's go. Also, es sollte Legende sein jetzt. Mein Gott, was eine Geburt. Also, ich muss echt sagen, mein Rekord war ja Legende 2, pass 3. Ja, so, what the hell sind das für Lobbys? Also, manchmal hat man echt Glück oder Pech, ne? Das war sehr satisfying. Sehr, sehr satisfying. Juhu! 25.000 Star-Punkte. Sehr, sehr nice. Gut, meine Freunde. Dann würde ich sagen... Oh, ich habe einen Screenshot zu spät gemacht. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben. Lasst ein kostenloses Abo da. Schreibt in den Kommentaren, soll ich noch probieren, Master zu kommen. Und ihr seht hier, das erste Mal diese Season jetzt Master, äh, Master, ähm, Legende 1. Und dann würde ich sagen, macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.